Zum 10-jährigen Jubiläum präsentiert Ihnen die niederrheinische Oldtimer-Gemeinschaft Schermbeck und Westfalen The Silent Sounds of Christmas. Erleben Sie das Jubiläumsweihnachtskonzert am 27.11.2022 ab 16 Uhr im Dafranko Restaurant und Hotel in Rieken. Hören Sie live deutsche und internationale traditionelle Weihnachtslieder von Klassik bis zu liebevollen Balladen der Popmusik. Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam am 1. Advent die Weihnachtszeit einzuhören. Ihre Tickets und weitere Informationen erhalten Sie unter nosw-oldtimer.de Oder scannen Sie einfach den QR-Code und melden Sie sich für das besondere Jubiläums- und Weihnachtskonzert an.